Ich bin gerade irgendwie zu doof, um ein Rad anzubringen. Ich fühle mich diskriminiert. Du fühlst dich diskriminiert von deiner eigenen Unfähigkeit? Von meiner eigenen was? Unfähigkeit. Ist nicht witzig. Okay, irgendwo schon ein bisschen. Draußen haben die Leute auch Spaß. Ich bin so ein Profi. Sag ich doch. Ich bin noch viel mehr Profi, als du es dir jemals vorstellen könntest. Dass ich Profi bin. Jetzt funktioniert es. Okay. Hat ja auch nur 80 Anläufe gebraucht. Nein! Runter gefallen. Du redest über meine Dummheit. Hä? Hä? Ich fahre runter und du machst mich an? Doch ey, das ist aber meine Dummheit. Hä? Was ist von dir? Was geht von dir, ey? Ich reg mich immer selber auf und du machst mich dafür an oder was? Du ziehst dir die Jacke an. Ja, toll. Bitte was? Ja. Was für eine Jacke? Das sagt man so. Okay, kenn ich nicht. Kennst du das Sprichwort nicht? Nö. Wer sich die Jacke anzieht, ist es selber schuld? Ach so. Oder so, ich weiß nicht. Das sagt man nur im Zusammenhang, wenn man irgendwie, keine Ahnung, wenn man sich über irgendwen aufregt, aber nicht denjenigen direkt meint. Und dann halt, oder nicht, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Ja, so klingt. Wenn ich jetzt sagen würde, ey, immer diese Leute, die die Türen nicht zumachen können und jemand regt sich auf, ja, ich mach die immer zu oder so. Und dann hat er sich die Jacke angezogen, weil jemand hat ihn ja eigentlich gar nicht gemacht. Okay, ja, gut, jetzt. Ich kenn das mit dem Schuh. Ja. Gut. Gibt's auch mal Treppengeländer oder so? Das ist irgendwie viel entspannter, weil das jetzt nur ein Display für dich ist. Ich muss gar nicht mehr. Treppenhandlauf. Es gibt sogar einen Treppenhandlauf, holy shit. Ruhe Regalstütze. Stützpfeiler-Ständer. Was? Sie hat schon da gesagt. Hast du nicht gehört. Hast du das von mir von gestern, oder was? Hä? Inwiefern? Ich hab das in der einen Portalaufnahme mal gesagt, oder nicht? Ach, in der Portalaufnahme? Ja, in der einen da. Ja, in der einen da. Mannekenhand. Warum, wozu brauche ich denn eine Hand, wo der Finger nach oben zeigt? Wozu? Please tell me. Puff, da, hab ich hingestellt. Gucke, kannst du, wenn du zur Tür gehst, dann kannst du, zeig die nach oben, dann guckst du nach oben, dann siehst du da einen wunderschönen Balkon. Moment, ich muss gerade, ich muss gerade mein Auto zerstören. Äh, so, was? Alter, sieht geil aus. Bist du denn? Gucke. Gucke. Die Finger hier. Blub. Blub. Guck mal, die Wand zeigt auf dich. Ah! Hier. Da, gucke. Ah, schön. Was machst du da? Hallo? Ich glaube, Zack. Hi. Siehst du mich gerade? Ja, klar sehe ich dich. Attacke! Ah! Ey! Dir erteile ich Hausverbote. Nein! Mommi! Was? Hm, was haben wir denn noch hier für Scheiße? Wer noch für Scheiße! Scheiße wird auf Scheiße. Ein Grasbehälter! Das klingt falsch. Es gibt sogar Matratzen! Matratzen! Gut zu! Ich kann ja eh nicht schlafen. Es wird doch hier gar nicht Nacht. Ich wollte gerade sagen, willst du überhaupt Nacht? Nein! Sollen sie mal einführen? Nein! Nicht das, was du schon wieder denkst, du Verwärtsling! Was denk ich denn? Ein Willkommensschild! No, das ist eigentlich nicht! Das habe ich gar nicht gesehen! Da steht, da steht, you are not welcome! Was steht da? You are not welcome. Ich hab nur welcome gelesen und hab das Schild an der Tür gemacht. Und dann steht da, you are not welcome. Okay. Sehr freundlich. Die lass ich da hängen. Und dann noch do not enter daneben und dann stopp. Genau. So. Farmbots? Hier gibt's ein Schild, da steht Achtung Farmbots. Also kann man ja irgendwann ja doch farmen. Cool. Hoffe ich doch. Das Spiel wird immer besser. Das ist so schön entspannt ohne Facecam. Schön entspannt ohne was? Facecam. Ja ja. Einzig ist die Musik ja voll in Ordnung. Meinst du die nicht vorhandene? Ja bei mir spielt sie gerade. Ausnahmsweise mal. Achso die ist gar nicht. Okay. Ich dachte die wäre weit aktiv. Nee. Da ist da wieder ein DJ random. Der DJ random hat wieder zugeschlagen. Oh man. Oh schön. Schaufenster Puppenstiefel. Was? Wozu? Entenbabyfigur. Oh. Was ist los? Das Ding hat wieder von der Hebebühne gelassen und ist wieder direkt in den Boden gecrasht. Das wird ja immer besser hier. 12 hatte ich das. Das hier auch auf 10. Na? 12? Achso. Die hier waren auf 10. Aber ich finde das ein bisschen doof, dass hier das Gras durch die Erde kommt. Äh durch den Boden kommt. Hm. Muss man vielleicht irgendwie so einen ähm. Ja so einen Puffer einbauen. Ja aber es ist trotzdem irgendwie doof gemacht. Ach voll Ramontisch hier. Das Bett. Ramontisch? Ach du kannst aber das Kissen drauf. Wieso baust du da ein Bett rein? Weil irgendwo müssen wir doch äh äh äh. Was? Das ist ja nur das Firmengebäude. Wir müssen doch noch eigene Häuser bauen. Jaja. Ich hab die schon verstanden. Rumvögeln während der Arbeitszeit, Tine. Das geht echt gar nicht. Was hab ich denn überhaupt nicht? Was unterstellst du mir eigentlich? Ich baue aus dem Bett ins Firmengebäude rein oder so. Ja für die Work-Life-Balance damit die Mitarbeiter sich auch einmal ausruhen können in der Pause. Das ist eine Art Ruheraum. Da kann man sich dann hinlegen und eine kurze Siesta halten. Ich weiß jetzt nicht woran du schon wieder gedenkt hast. Ich weiß auch nicht woran ich gedenkt hab, vor allem weil ich gedacht hab. Oh ja. Hey Frönchen, das ist nicht frech. Oh dann eins, zwei genau so kommt hier jetzt das. Ratchet dran! Dann bin ich jetzt mal zuerst. Vielleicht hilft es das. Cool. 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 Wie war das? Cool, hast du gesagt. Ja. Ich hab jetzt das Zeichen Dingens für mich entdeckt. Mit der linken Haustaste kannst du die Farbe auftragen, mit der rechten entfernen drücke Q. Ah, okay. Ah. Oh. Oh. Wie geil. Mega. Cool, das färbt sogar die Fenster mit ein. Oh, mal diese Motorradfahrer. Mann. Oh, ich hasse sie. Hat jetzt keiner gehört. Hat das jetzt geklappt? Ich glaube, es hat geklappt. Ich hab Allradlenkung. Eventuell gerade gebaut. Okay. Ich bin stolz auf mich. Bist du auch stolz auf mich? Ja, klar bin ich stolz auf dich. Yeah. So. So. Alter, wenn das jetzt funktioniert, ne? Yes. Der Wendekreis ist zwar noch etwas ungesund. Wo bist du gerade? Beim Haus. Wunder Luke? Ja, warte. Ja, erstmal ne Runde Driften. Hier, mach mal ein paar Donuts. Mit so einem Fünf-Tonnen-Laster. Super Idee. Lass die Reifen qualmen. Fährst du quer, siehst du mehr. Ach ja, JP. Okay. Ähm. So. Was wollte ich jetzt bauen? Ach genau, ich wollte vorne noch. So. Was machst du da? Ich lackiere. Mein Auto? In blau. Alter. Mein Auto. Das ist doch schön. Das ist doch schön. Geht so. Ja, komm. Du sollst rot machen wie das Blut unserer Feinde. Bitte was? Ja, bitte was? So rot wie das Blut unserer Feinde. Ich mach's ja schon wieder weg. Okay. Alter, geh mal in das Verbindungstool und guck dir die Scheiße an. Ja, im Moment. Nicht so aggressiv hier. Nein, falsche Tasse. So rum. Nee, auch falsche Tasse. Ich gucke. Hm. Ja, also äh. Ja. Ja. Übersichtlich. Alter, wie geil. Ah! Alter, smack da mich einfach weg. Ich klopp's ja wohl. So, jetzt kann ich da... Wo? Wo? Ach, ich brauch irgendwie hier hoch. Geht ja gar nicht. So. Hm.